Good afternoon everybody and welcome to princess the night. Ach ja, es hat ein bisschen lang gedauert, bis ich mich irgendwie motivieren kann das Spiel zu spielen, weil irgendwie habe ich keine Motivation mehr. Vielleicht erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Oder die Tatsache, dass ich weiß, dass ich das Happy Ending nie bekommen werde. Ja, das könnte auch gut sein. Deswegen war es ein bisschen... Ich hätte schon früher angefangen, aber ich konnte nicht. Das war komisch. Ich konnte einfach nicht. Das war echt, keine Ahnung, mega komisch. Ich erinnere mich, warum ich jetzt nicht mehr spielen wollte. Die Enttäuschung, dass ich das nicht machen kann. Kacke. Kacke. Es ist Kacke. Ich bin sauer. Es ist Kacke. Ich wache alleine auf. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich drehe meinen Kopf zur Seite, um zu sehen, dass Evan verschwunden ist. Ich hasse euch. Wann wird er aufhören, immer davon zu rennen? Warum ist er so? Ich setze mich auf, immer noch ein wenig müde. Wie immer ist die Porzellanschale mit warmem Wasser gefüllt. Es gibt immer noch heißen Tee auf meinen Tisch. Ich lächle. Er vergisst nie. Er ist immer rücksichtvoll mit mir. Egal, was ist. Ich mache meine Toilette... Ich mache meine Toilette und trinke den Tee, solange er noch heiß ist. Aha. Du machst deine Toilette. Okay. Okay. Dann gehe ich raus und suche nach den Grafen. Ich hoffe, dieses Mal wird er mir alles erklären. Das macht er eh nicht. Ey, das nervt auch einen. Die ganze Zeit wollen... Ja, er wird mir bestimmt erklären. Er wird mir dieses Mal richtig erklären. Was ist jetzt? Episode 9. Nix erklärt. Ich öffne die Tür des Zimmers, in dem meine Schwester ruht und bemerke, dass sie immer noch da ist. Hauptsache nicht weg, oder? Ich überprüfe ihre Atmung. Ihre Wangen sind rosa und sie wirkt entspannter als zuvor. Ich möchte glauben, dass sie bald aufwachen wird. Ich kehre zu meinem ersten Ziel zurück. Ich wandere durch das Haus und klopfe an das Schlafzimmer des Grafen. Ja. Ich öffne die Tür und erstarre. Sehe, dass er sich gerade verändert. Äh, du meinst, sich umziehen, oder? Ich hoffe jetzt nur, weil ich meine, dass er sich verändern. Vielleicht hat er auf einmal kürzere Haare. Das wäre super. Natürlich schließt die Tür, Mann. Aber entschuldige, wäre eigentlich auch voll logisch. Geh rein. Ach, geh einfach rein. Nein, 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 nein. Entschuldige dich, oder? Weil ich glaube, das ist noch peinlicher, als wenn du in die Tür auf einmal zuknallst. Meiner Meinung nach. Aber ich kriege eh nicht die Familie. Also, es ist eigentlich komplett scheißegal, was ich sage. Es bringt halt nur nichts. Bitte. Sorry, ich wollte dich nicht stören. Ui. 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 Bitte macht diese langen Haare weg. Oh. 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 Ey, das sieht aus... Nein. Ich finde das... Ich weiß nicht. Ich glaube, die langen Haare machen echt alles kaputt mit seinem schönen Körper. Wirklich. Die hinten sind okay, aber die vorne, die in seiner Brust hängen... Nee, das geht gar nicht. Die müssen auch hinten. Weil sonst... Boah, nee. Boah. 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 Aber es ist okay. Ich merke es, es ist okay. Er sieht mich amüsiert an, anscheinend nicht gestört von meiner Anwesenheit. Schön für dich. Mich stört's. Zumindest deine Haare stören mich. Er knüpft sein Hemd zu... Da war kein Hemd. Und bedeckt langsam seinen Oberkörper mit gut sichtbaren Bauchmuskeln. Wow. Das musst du ja richtig gut betonen. Ich bemerke immer noch frische Namen an verschiedenen Stellen. Graf, du... Könntest du bitte dein Oberteil anziehen? Meine Güte. Ich muss dir das nicht die ganze Zeit nackt sehen. Das ist so... Ich wusste auch ganz nervt, den Baustein, weil da der Text ist. Komplett schrecklich. Die Gula haben mir kurz zerbrechen bereitet. Und... Er kommt auf mich zu. Sein Hemd halb offen. Da ist kein Hemd. Und den Knopf... äh... Kopf gesenkt. Furchtbar leidend. Matthias ist mir entkommen. Könntest du dir einfach bitte was anziehen? Oh, what the fuck? Ich bin auf BGM. Will BGM gegangen? Nein, nein. Geh weg. Geh zurück. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Oh fuck. Leck mich. Weg. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh... Entschuldige. Entschuldige. Bla 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 bla. So. Ich fühle, wie mein Herz kurz stockt. Es ist immer noch auf der Flucht. Oh richtig. Ja, es ist doch... Was soll ich denn sagen? Soll ich dir zu... Ja, komm. Hier. Kriegst du den Finger. Das kann doch wahr sein. Oh. Ich hab doch gesagt. Es läuft echt scheiße. Ich bin frustriert über die Antwort des Grafen. Aber ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er diesen Mann kommen lässt. Ich selbst kann nichts tun, um zu helfen. Wie jetzt hast du das erkannt? Ich steuze und schaue zu Klaus auf. Du hast versprochen, mir alles zu erklären. Das macht er nett. Alles. Nein. Aber ich will dir über dich reden. Was du wirklich bist. Das hättest du in ein paar Episoden auch noch machen können, ne? Ich wollte das nur nur so andeuten. Ich bin frustriert von seinen geheimnisvollen Worten. Ey, die sind alle hier geheimnisvoll. Das kannst du auch nicht abstreiten. Ganz ehrlich. Die sind so komplett behindert. Ich weiß nicht, was mit denen falsch ist, aber die sollen sich echt nie in den Kopf, in den Boden vergraben gehen. Er bittet mich, im Rosengarten zu warten, bis er fertig sei. Ich finde es schwer, dort zu sein. Ich finde es schwer, dort zu sein und halte es nicht für Verschleppung. Was? Die Sonne ist hinter schweren, schwarzen Wolken versteckt. Die Blumen sind wegen des Mangels an Licht kaum geöffnet, aber trotzdem sind sie wunderschön. Eine leichte, feuchte, kühle Brise streichelt meine Wange, als ich den Grafen ankommen höre. Er lächelt sanft und streckt seine Hand aus. Er führt mich auf einen feierlichen Paziergang. Diese Stille bringt mich um. Neugier brennt meine Lippen. Nach einer Weile sitzen wir auf einem Marmorbank. Er schließt die Augen, als er überlegte, wo er anfangen soll und welche Worte er benutzen soll. Ach, das ist... Ich mag die Haare gar nicht, ne? Erinnerst du dich? Wir Vampire dürfen den Tag nach einem Puck mit dem Teufel nicht sehen. Anscheinend. Ich glaub's... Keine Ahnung! Wie ist das möglich, dass es ein Vampire? Ich will darüber nicht nachdenken. Hä, das macht doch keinen Sinn. Sag einfach ja umfängig. Ja, dein Vorfall ist in diesem Geschäft eingetreten, um die nötige Macht zu erlangen, um sein Land und sein Volk zu beschützen. Der Graf lächelt und bemerkt, dass ich zugehört hatte und mich an seine Erklärung erinnere. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich hab einfach nur mal Ja gesagt. Er hofft sicher, dass ich verstehe, dass diese Vereinbarung nicht aus reiner Selbstsucht gemacht wurde. Das ist es. Zum Glück für uns. Können jeder Fluch aufgehoben werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Einige Bedingungen? Der Graf rutscht auf mich zu, greift nach meiner Brust. Ähm, Abstand vielleicht? Er legt seinen Finger dorthin, wo meine Mutter mal ist. Ähm, Abstand bitte? Eine dieser Bedingungen bist du. Und das Mädchen der... tätowierten Rose? Wie... Keuchend schaue ich den Grafen an, als ich, ob ich gerade zum ersten Mal erfahren hätte, dass die Erde rund ist. Hauptsache, das war richtig. Hauptsache. Mit seinen Augen, die in meinen Sternen fährt der Graf fort. Leider kenne ich nicht alle Details. Mein Vater stirbt, bevor er mir alles erzählen konnte, was er darüber wusste. Aber... Er wird gesagt, oder es wird gesagt, dass ein Mädchen mit einem rosenförmigen Mutter mal die Dracula-Blutlin entweder retten oder sie verfluchen kann. Aber... Aber... Wie könnte ich... Ich habe dir gesagt, ich kenne nicht alle Details des Prozesses und ich denke nicht, dass meine Vorfahren sie auch gelehrt haben. Sonst wären wir längst von diesem Unglück befreit worden. Ich greife mein... Äh... Ich greife meinen Arm gegen meine Brust. All das ist absurd. Ich glaube das aber. Ich glaube... Hä? Was soll ich denn sagen? Ich glaube ihm das sogar. Weil warum soll er mich anlügen? Hat keinen... Er hat keinen Grund. Matthäus könnte mich anlügen, aus irgendeinem Grund. Aber der doch nicht. Deswegen. Ich glaube ihm das schon. Beweise, sie hat das da tun. Also es bringt halt nichts, ne? Ich kann einfach... Ich weiß es nicht. Glaubt ihr anscheinend nicht? Keine Ahnung. Ich glaube dir nicht. Welche Rolle findest du so unglaublich? Ich... Es ist nur ein Muttermal. Ich habe keine... Ähm... Ich... Der Graf legt zusammen einen Arm um meine Schulter. Ich versichere dir, dass dies die Wahrheit ist. Ja, ach nee. Das habe ich ja auch gesagt. Matthäus hat auch deine Wichtigkeit erkannt und er versucht dich zu nehmen. Dich sogar zu töten. Ich schaue weg. Unfähig diesen Hoffnungsschimmer in den Augen des Grafens zu sehen. Aber wenn ich wirklich das Mädchen bin, dann kann ich dich vor deinem Buch retten. Warum greift Matthäus mich an? Er hasst meine Familie abgrundtief. Wenn du mir ausweichen würdest, würde ich nicht nur für die Ewigkeit verflucht bleiben. Aber er könnte auch eine große Kraft bekommen, indem er dich an Eigen macht. Mhm. Ich halte meinen Kopf in meinen Händen. Ich weiß aber auch nicht, welcher Part das ist. Was soll ich das denn jetzt schreiben? Das fällt mir gerade auf. Ich weiß ja nicht, welcher Part das da ist. Boah, dann muss ich das einfach lassen. Komplett behindert. Es ist absurd. All das ist Unsinn. Ich bin nicht die, die du willst. Wir haben ja nichts gesagt von wollen, ne? Ich fange an zu erzählen. All das ist jenseits von mir. Der Graf lehrt sich und nimmt sanft meine Hand in seine... Och, bitte, geh einfach weg. Ich drehte mich langsam zu ihm um. Er ist ein paar Meter von mir entfernt. Hauptsache, ein paar Meter ist ein paar Millimeter, ne? Sein Atem schreit in mein Gesicht und seine blauen Augen durchdringen mich. Er wird rot. Respekt. Vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl, dass etwas anders an dir war. Er legt seine Hand auf meine Wange. Och Mann, nein. Ich hab keinen Bock aus so einem Kack. Ehrlich. Ich fühle die ganze Sache. Ja, schön. Neck mich am Po. Natürlich war es auch falsch. Komm, ihr könnt mich alle mal. Kreuzweise. Ich kann nicht vom Grafen wegschauen. Ich kann's. Es war Schicksal, das uns zusammenführte. Nein, war es nicht. Ich glaube nicht an Schicksal. Schicksal ist grausam. Ist mir doch egal. Boah. Also ich... Sie glaubt schon an Schicksal, denke ich mal schon. Aber Schicksal ist grausam. Ist scheiße. Weil das wird ihm voll verletzen. Und da tut ihm ja dann voll leid. Das kann ich ihm nicht antun. Aber wenn ich sage, ist mir egal. Ist ja doppelt so schlimm wie das Zweite. In der Mines Müsse. Es rappelt in der Kiste. In der Mines Mek. Und wo ist mein Autor-Game? In der Mines Müsse. Es rappelt in der Kiste. In der Mines Mek. Und ich habe keinen Bock mehr. Sorry. Ich brauche das Schicksal nicht. Ich werde mich nicht gegen meinen Willen schikanieren lassen. Keine Ahnung. Als er meine verhärtete Haltung sieht, runtert der Graf leicht die Stirn. Er legt einen Arm hinter mich und bringt mich zurück zu ihm. Du kannst diese gegenseitige Einziehung, die uns zueinander antragt, nicht lögnen. Was laberst du? Bist du komplett behindert? Kacke. Was hast du für Störungen? Nee, 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 nee. Komplett behindert. Bist du... Alter, nein. Nein. Das Schicksal ist ein Arschloch. Mein Herz rast aus irgendeinem unerklärlichen Grund und mein Körper wärmt sich unauf erklärlichen Gründen auf. Das ist wahr. Das kann ich nicht abstellen. Bist du mich verarschen? Bist du mich verarschen? Wo war... Was ist das mit Evan? Was ist das mit eurer eingeblichen Nacht? Bist du mich komplett verarschen? Nur diese Attraktion ist das Ergebnis einer Verschwörung, die mich mit Klaus verbindet. Nicht, dass ich mein Wort haben kann. Ich werde mit all meiner Kraft widerstehen. Und dann habe ich... Es ist nicht er, dass mein Herz geriert hat. Ach, nee. Was sag ich? Was sagst du? Warum sagst du das nicht früher? Ey, du Scheißhaufen. Der junge Mann sieht mich an. Sein Mund berührt gerade meinen Mundwinkel. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Ein Seize der Überraschung und mein Körper gefriert. Deswegen fällt mir das lächelnde Bild von Evan ein. Oh, danke, dass du endlich mal an den denkst. Wenn du mir erlaubst, Prinzessin. Ich werde immer hier sein, wenn du mich brauchst. Ich kann nicht. Ich will dich nicht verletzen. Seine manchmal frohe, manchmal kalte, aber auch biebrige Stimme halte in mir wieder. Ich will sich die Lippen des Grafen gegen meinen Öffnung mich zu... Küsse... Nein, nein. Als Vernunftgründen lehne ich ab. Endlich ziehe ich mich eher gewaltsam zurück und schreie einen Ruf der Verwerfung. Ich rutsche von der Bangefalle rückwärts in den Rosengarten hinter uns. Kime! Ich hebe mich und weiß nicht, wo ich meine Hände wegen dem Dorn platzieren soll. Der Graf nimmt mich am Arm und setzt mich schnell auf und zieht mich gleichzeitig an ihn. Oh, nerv mich nicht. Ey, du bist ja komplett dickköpfig. Was denkst du nur? Ich will nicht! Willst du mich verarschen? Warum verstehst du es nicht? Ihr lehnt sich sanft zurück, um mich zu beobachten. Erröten schau ich von ihm weg. Willst du mich verarschen? Ey, was ist... Wie? Ey, 10, 100, 10, 100. Wollst du mich verarschen? Der Graf sieht mich an, während ich meine Augen abwende. Er zieht unbehaglich die Augenbrauen zusammen. Ist es wegen, Evan? Ach, warum sagst du es dann nicht einfach direkt? Oh, mein dummes Kind und du dummer Kerlchen, du. Meine Muskel versteift nicht bei diesen Worten. Der Graf seufzt. Ich dachte es. Ach, warum hast du es dann gemacht, du Scheißhaufen? Kime, du solltest etwas über Evan wissen. Ja, dann sag es mir doch einfach. Ey, was ist das denn? Ich sehe überrascht auf. Dann mach doch mal. Er zögert früher, über ihn zu reden. Wird er mir nun endlich etwas Wichtiges verraten? Dann, als er seinen Mund öffnet, um zu sprechen, ändert er seine Meinung und bringt mein Handgelenk gegen seine Lippen. Du Arschloch, du bist so ein Arschloch. Ich hasse dich. Ich verstehe seine Geste nicht, aber ich merke, dass seine Zunge das Blut schmecken muss, das aus meiner Handfläche fließt. Mein Körper zählt auf seltsame Weise. Graf! Er hebt sie auf meine Handfläche und drückt sie gegen seine Lippen. Er zieht mich nach vorne, legt seinen Arm um meine Taille und ich bleibe bei ihm. Abzuweisen, dumm? Ist er dumm? Ich appelliere an all die Kraft, die mein Körper Dracula abstoßen kann, ohne Erfolg nachgehen. Ich wollte trotzdem versuchen. Sein Griff an mein Handgelenk und mein Rücken ist zu stark für mich. Ich drehe mich zur Seite, dann zur anderen. Nicht funktioniert. Es ist, als wäre es so schwer wie Blei. Er öffnet plötzlich seine Augen und kreilt langsam meine Haut mit seinen Zähnen. Er bleibt stehen, um mehr von meinen Armen zu ziehen und öffnet seinen schönen Mund. Plötzlich stellt ein Sturm diesen Moment. Graf! Danke, dass du auch mal auftauchst. Ich halte den Atem, als ich aufschaue. Ich sehe Effe. Er steht aufrecht wie eine Statue. Sein Gesicht ist gleich verzerrt. Ich rufe ihn, aber Klaus rät sich um. Der Junge bekommt ein engelsgleiches Lächeln. Was gibt's? Ich bin beschäftigt. Das kann ich sehen. Entschuldigung, die Störung, aber... Ich denke, einige deiner Würfe würden im Waldnorden nördlich des Schlosses erschossen. Willst du, dass ich nachforsche? Bist du dir deinen Quellen sicher? Ich glaube, ich hätte ihren Tod gespürt. Wir können nie vorsichtig genug sein. Der Graf und er schauen sich lange in die Augen. Es ist komisch. Hauptsache 50, ja? Das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bla, 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 bla. Ja, was soll ich sagen? Ich bin angenervt. Mit dem ganzen Scheiß! Da hochschönen die Kommentare, auch wenn es mir nicht ist. Ich würde mich auf jeden Kommentar freuen, die ich mir schreiben würde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Ich liebe dich. I love you. Bye, bye.